Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wie in einem der letzten Videos gewünscht als nächstes die Moskitos. Das ist eine neue 2014-2015 von Leslie. Sechs Stück haben eine Gesamt-NEM von 9 Gramm, steht hier auch auf der Verpackung hinten. Das sind eine Art Bodenwirbel, die dann aufsteigen mit einem ganz lauten Pfeifton. Hier haben wir unten eine Düse. Da ist auch beim Zünden darauf zu achten, dass die auf die Düse zu stellen sind. Also nicht irgendwie so oder anderswo. Hier kommt ja der Schub raus und wir wollen ja nicht, dass die verboten werden. Also immer schön auf die Düse stellen. Ich habe gelesen, es soll auch anders funktionieren, wenn man die hinlegt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man hier die Sicherheitsverkehrungen einhaltet. Ich wünsche euch viel Spaß beim testen. Danach gibt es wieder ein kurzes Fazit. Bis später. Viel zu schnell um zum Filmen. Ein kurzes Fazit zum Test. Die Moskitos machen richtig viel Spaß. Also echt saucool. Mit dem Pfeifton natürlich gab es ja bis jetzt noch nichts. Ich glaube auch, dass die nicht wirklich lang bestehen, nachdem die schon sehr gefährlich sind. Ich glaube, es gibt bestimmt einige Leute, die da keinen Bock drauf haben, die ständig hinzustellen auf die Düse und die sachgemäß zu verwenden. Und da wird es dann bestimmt auch irgendwann wieder irgendwelche Schwierigkeiten damit geben, Verletzungen, sonst irgendwas. Und da werden die wieder verboten. Deswegen habe ich mir auch schon über 20 Packungen geholt. Ich denke, dass die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eh nicht mehr geben wird. Aber ich würde sagen, kauft euch die. Eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr wollt mehrere. Müsst ihr selber wissen, wie viel ihr ausgeben wollt. Ob es es euch wert ist. Ich finde es, dass es das ist. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim gucken. Gerne Videos und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.